Ich kenne das, was ich gepostet habe, ist Mia Paper Plains, Anfangs Song aus Far Cry 3. Nein, der Weltmehrgang ist am letzten Schultag, was ist weiß und stört beim Essen. Deine Mutter. Ey, Fabian, hör mal auf, wir sind jetzt seit dir Manuel Hooker voll zu spammen, Alter. Spokenpastenz, guckt ihn euch doch mal an. Lest euch mal was, was drinsteht. Ich wette, du wirst davon irgendein Moderator geblockt wegen Werbung, Alter. Ich glaube auch, den Mo... Der hier se... Ich komme aus... Ich wette... Oh, ich will so wirst. Oh, Express, ich hasse es, sowas ist nochmal hier. Ich hasse Express, was ist Express? Also, mit Halo 4 spielt jedes Multiplärspiel wie ein billiger Shooter. Okay, lasse ich mal umkommentiert zu stehen. Da, da war recht. Du kannst noch einen Arm untersetzen, oder... Sieg, Halo 4. Sieg, Halo 4. Ich verstehe gar nicht, warum nicht so viele Halo 4 spielen wie C und D. Ach ja, richtig, Halo 4 braucht mehr Skill. Nein, vielleicht auch, weil Halo 4 ein Explosivtitel ist. Nein, nicht nach jedem Kill ploppt mit irgendwelchen Zahlen auf. Doch, mittlerweile schon. Doch, doch. Ach, schon. Aber da guckst du gerade bis hin. Na, irgendwie, dass man 20.000 Punkte oder so finden, Scheiße bekommt. Äh, doch, das irgendwie auch. So, anheim. Was, Halo 4? Ja, Halo 4. Ich hab nur gesagt, dass Halo 4 das beste Multiplärspiel ist, das es gibt. Skunky is lagged. Mal gucken. Nein, du das nicht. Ich guck gleich mal. Du lügst. Du lügst, du Polak. Nein. Das hab ich aber manchmal auch, Alter. Hast du das verspielt, Sex? Hast du gerade gesagt, als Maul du Polak oder was? Nein, das findest du auch. Warum bist du das nicht einfach? Ich weiß, du kannst ja besser Gitarre spielen als ich. Warum könnt ihr beide Gitarre spielen? Oder ich da eine lerne. Oh Gott, wir lernen. Weil Gitarre einfach geil ist. Und ich hab das Video gesehen, How to play the guitar to get laid. Also wegen dem V2 willst du das jetzt spielen? Nein, ich muss sagen, was einfach geiles und... Ja, auf jeden Fall werde ich noch Matthew, Junge, Alter. Ich will meine scheiß RPG in Gold haben. Max, kannst du für uns ein Tango spielen, und zwar in ganz speziellen? Cha-cha-cha? Nein. Nee, den... Ich kenn nicht mal irgendwelche Art Tango. Polak-Tango kennst du. Das ist nicht witzig. Ich wollte dir das eigentlich nicht sagen, Gents. Das ist das Lied, was du dir da mal angehörst. Was ist denn da los, Junge, Alter? Was soll der Kack, was labbet ihr nicht für ein Scheiß, Junge? Könnt ihr noch gut spielen? Ihr riert heute irgendwie mehr als sonst kann das sein. Ja, David, das ist doch auch nicht da sonst. David ist doch nicht da. Ja, dann würdet ihr noch mehr labern. Nein. Kann ich den nicht getroffen haben. Ich glaub nicht, dass er so wenig Zeit hat. Ich dank's einfach nicht. Den meisten spielen die Anlogs bei Halo 4. Ey, das kann sogar sein. Was denn? Naja, dass den meisten die Anlogs... Also, dass du halt nicht so viel Scheiße freischalten kannst für Halo 4. Ja. Oder es dauert halt viel zu lange. Vielleicht spielen's deswegen nicht so gerne, weil es halt keine Motivation gibt. Aber bei Black Ops 2. Da kannst du viel freischalten. Halo ist ja die Motivation auch gewisserweise das Gameplay. Hier ist es ja, du kriegst jede Runde, hast du fast irgendwie einen Aufsatz noch so freigeschaltet. Ja, aber bei Halo 4 ist die Motivation immer Spaß. Nee, das ist einfach anspruchslos. Ja, ist auch. Aber hier kannst du recht, hier machst du einmal hier irgendwie den Chopper Gunner, mähst einmal durch, dann denkst du, du bist der Beste. Ist doch wirklich so. Und dann machst du den Kalam. Mal auf YouTube, nennst du dich, guck mal da, äh, Krieger und... Da hat's 4 oder... Oder Elo-Wix oder... Elo-Wix. Elo-Wix. Ey, wie kann ich keinen von denen getroffen haben? Nicht mal einmal. Könnt ihr ja nicht alle nicht lecken schreiben oder was geht ab? Lecken. Lecken. Lecken wir bisher am geilsten. Am geilsten war vorhin mit E und Ficker. Was kann Halo 4 geil sein? Alter, der Name Halo ist geil. Ich wette, das ist irgendwie so ein COD-Spieler. Nee, das Gameplay ist aber nur anspruchsvoller. So wie der Kack hier. Also Halo 4 ist für Leute, die sich einfach mit... Ich kann... Den einfach die Nummer 2 nicht genug ist. Ich kann so mal ganz oberflächlich sagen, was an Halo 4... Bei Halo 4 ist es so, der Rage ist voll unnormal. Der Rage ist nicht, was zur Verfügung gestellt wurde für das Spiel, auch in das Spiel gesteckt. Boah! Wickler eingesackt. Ich hab nichts verstanden, was mit Kittel... Bei Halo 4 kam das ganze Geld, was zur Verfügung gestellt wurde von Microsoft, kam in das Spiel rein. Bei Black Ops war es ja so, da haben die Wickler was abgezwackt. Haben sich jeden Tag zugesoffen? Ich... Also wenn da... Man merkt wirklich nicht, dass hier... Die haben da Millionen von Dollar haben die für... Hier für den Call of Duty Teilen, da machen die immer so ein... Da kommt so ein scheiß Multiplayer da raus. Na ja, für das Geld kaufen sie sich ja die ganzen Game-Magazine für die Reviews. Das ist ja ein paar Gründe, warum Halo jetzt besser ist, oder? Alles! Halo ist nicht besser, Alter. Halo ist einfach nur ein komplett anderes Spiel, labert doch keinen Müll, Alter. Geht doch nicht mit so einem Scheiß auf den Sack, da kriegt man voll die Kätze, ey. Was? Das ist Spiele-Fastfood inzwischen schon in Call of Duty. Ist so. Eben, das ist wie... So ein schlechter Besuch bei... Es ist total eknafft, jeder geht trotz der Korps. Es geht jeder Arsch, obwohl das Essen auch nicht schmeckt. Es spielt es, obwohl es einem nicht gefällt. Ja. Wenn man im Dongles so kann man sagen, dann spielst du nicht ganz einfach. So, jetzt geht auch total viel nach mit Dongles und eigentlich wohl sie abnehmen oder so. Weil die geht trotzdem. Ist so wirklich. Es macht Spaß, aber irgendwie ist es auch scheiße. Ja, das kann man so gut beschreiben. Ja, so wie Halo 4 quasi. Nein, das ist so oft wie du dich bei Halo 4 aufregst. Ja, trotzdem. Das macht ja trotzdem Spaß. Das sind die Emotionen. Das ist das, was einen mit dem Spiel verbindet. Im Endeffekt macht ja genau das gleiche. Das ist an der Stress. Deswegen wächst zehn Jahre früher sterben wie wir. Und weil der Asiate ist. Ja, das mach ich auch. Ich sag ja nur, Fifa 13. Das Spiel macht sau Spaß. Man hasst es aber einfach. Weil's von dir jetzt. Weil's Fußball ist. Ne, McDonalds gibt Salat. Ja, pfff. Wer kriegt zurück mit uns Salat zu essen? Alter, wenn die Salat ist möglich. Ey, kennst du diese geilen McDonalds Kunden? Die da hingehen und sagen, ja, ich hätte gerne zwei Big Macs. Ein Big Tasty Bacon. Vier, äh, Stück, äh, Portion Pommes und was weiß ich. Und ne Cola Light. Ich muss auf meine Figur achten. Wenn ich da arbeiten würde, würde ich zudem sagen, wir haben im Keller noch ne Portion Rattengift. Die kann ich ihnen auch so geben. Oh ne Kack, Alter. Cola Light ist wirklich, oder Coke Zero mittlerweile, ist das meistverkaufteste Getränk bei McDonalds. Musst dir mal reinziehen, Alter. Fühlen sich die Leute dann besser, wenn sie zu ihren 50 Burgern noch... Zwei Big Macs rein, aber ich brauche die Figur achten. Aber über die Cola Light. Ja, nicht so viel Zucker, ne. Also das ist aber nicht so gesund. Das kannst du nicht machen. Zucker ist ganz ungesund für den Körper. Fett ist besser. Ja. Klingt nach einem Fettsack. Das hast du gut bemerkt. Scheinlich guck mal einer Krieger auf. Oh Gott. Sollte anonym bleiben, Mensch. Oh man, man, man. Alla, Leute. Ah! Oh nein! Fuck! Ich hasse Pepsi. Ich kann Pepsi überhaupt nicht leiden. Ich sag Pepsi. Ich brauche den überhaupt voll. Ich trinke gar kein Coda. Ich mag Coda nicht. Trinkst keine Coda? Was trinkst du denn dann? Asiatischen Tee? Ja. Bier oder was nur? Eistee. Eistee. Bier kann ich nicht trinken. Er ist nur ein betrunken. Weißt du? Asiate. Ja. Die halten nicht so viel aus. Ist das eigentlich echt so? Halten Asiaten nicht so viel aus? Doch, also die, das weiß ich so, dass die inzwischen kaufen die total viele so Brauanlagen, um das in Asiaten auch hier zu brauen zu können. Ja, warum nicht? Irgendwie die, ja irgendwie, die machen auch ein Oktoberfest und alles, weil die das so toll finden, die deutsche Kultur. Oktoberfest wäre ja, deutsche Kultur ist auch super, ne? Ja, als eine Fettsäcke und so. Ja, um sich zu besaufen, weil in manchen dann so die Iraner oder so. Ja, mich erwischt er wieder, ne? Das ist ein bisschen verboten, hier gibt's ein, äh, Volksfest. Wow. Diesen Reisschnaps. Reisschnaps. Ein Reisschnaps für Wex. Der wird eigentlich von Reisschnaps oder von Reichsschnaps? Fuck! Also ich glaub, der als Asial, obwohl wenn der Japaner ist, ist es auf unserer Seite, der Wex. Japaner. Ich bin Deutscher. Ich, ähm. Ich bin Deutscher. Mach's dann auf den Stock oder, wa? Ey, ohne Wex, Wex, Wex ist Deutscher, durch und durch. Durch und durch, ja, das ist... Durch und durch. Oh, wir müssen zur Stellung, zur Stellung! Nein! Ich hab's ein Fränkisches R beim, wenn ich Wörter mit R aussprich. Rucksack, ja, ok. Ey, Chef, das ist ein Fränkisches R, wenn du Wörter ohne R aussprichst. Wie komisch käme das denn, Alter? Das glaubt Wex keinem. Ich hätte gern ein Vanille-Pudrin. Asiate bist du. Ganz einfach. Ist so. Er ist so ein Asiate. Asiatischer geht schon gar nicht mehr. Richtig. Der feiert chinesisches Neujahr. Fanta von den Nazis? Doch, ich weiß, es wurde von den Nazis erfunden. Das war eigentlich die gute Geschichte, weil die Fabriken von Coca-Cola, die hier waren, denen wurde irgendwie irgendwas nicht mehr geliefert während des Zweiten Weltkriegs. Und dann haben die Fanta erfunden. Das gibt's auch gar nicht in Amerika, Fanta. Echt jetzt nicht? Nee, es gibt's irgendwie nur in... Also in Amerika gibt's es nicht, es hat sich in Europa ein bisschen verbreitet. Ich glaub in Afrika gibt's das auch, aber sonst kennt man das Fanta gar nicht. Ey, wie in Afrika? In Afrika gibt's auch Fanta gar nicht. Ey, deswegen gab's früher diese Werbung von diesem Der liebe Bunta, trinke Fanta. Weißt du, wo die ganzen komischen Schwarzen da rumgehoppelt sind und so Trinke Bunta, Fanta, Fanta. In Amerika nicht, die kennen das nicht. Obwohl es von Coca-Cola ist. Ey, hier steht für seinen Such-und-zerstörern-Spielen. Oh, ja. Ja, okay. Mach mal ne Runde. Äh, start. Der Weihnachtsmann ist nur eine Lüge. Er würde von Coca-Cola funden. Ach, wirklich? Puh. Scheiß Werbungsaktion. Alle Deutschen denken, Amis sind alle fett. Oh Gott. Alter, ganz ruhig, mein Junge. Ich komm hier. Alter, ey. Was ist denn? Throw an aeroplane at me. Was zum Teufel. Ich muss niesen. Wie heißt der in PS3? Das ist geil. Wo? Ach, da. Batman was? Alle Amis denken, Deutsche können kein Englisch und saufen nobieren. Also bin ich anderer Meinung. Der Skunky, der hat ein Shisha-Toch. Ja, volle, völlig aus. Und? Nein, bitte nicht Slums. Bitte nicht Slums. Bitte nicht Slums. Nein! Ja, und zwar zwischen seinen Backen. Würstle. Würstle. Ja, und zwar zwischen seinen Backen. Würstle. Würstle. Vergiss dich überhaupt bloß. Ist es nicht das? Ich war bloß. Könnt ihr später nochmal Halo 4 Open Lobby machen? Nö. Ich wollte grad sagen, natürlich. Habt ihr in nem Shooter schon mal ein Rage-Kiddy getroffen? Ja klar, ich. Ja. Wenn ich irgendwann mal streamen kann, werde ich nur Halo 4 streamen. Aber du kannst nicht streamen. Ich werde jetzt auch jedes Mal alleine aufnehmen, aufnehmen, weil immer wenn ich alleine aufnehmen, dann rage ich einfach nur her. Ich kann jedes alleine aufnehmen, aufnehmen, alle. Hä? Warum kann er nicht streamen? Der Internet-Lutsch-Pälle. Egal, ich bin Türke, ich darf das. Was darfst du? Hä? Was darfst du denn? Er darf das mit Doppel-R schreiben. Richtig. Er darf die Kremat fressachten. Krematik. Krematik, was ist das? Werde immer ge- Ah, ich hab's vorher erst vergessen. Werde immer gehatet, dass ich hacke. Ja, dann hack doch nicht. Ihr dürft jetzt schon mitzocken, wenn das packt. Wenn ihr beitreten könnt, tretet bei. Fehler, D. Ich dachte, wir warten mal kurz, damit der läuft. Scheißhacker. Scheiße. Der hat sich als Hacker jetzt geoutet. Unfor sale. Post am besten noch deinen YouTube-Channel hier. Suchen und zerstören. Oh Mann. Es ist die End of the world as we know it. Nur weil ich Türke bin. Thomas, schreibt mir eine Nachricht. Kaufst du mir Downstaff? Halt die Fresse, du kleiner Bastard. Ey, ich hab Downstaff. So ein geiles Spiel. Ja, er will's von mir haben. Weißt du, der Fick hat selber nie Geld. Schuldet mir sogar noch was und will, dass ich ihm was kaufe oder was. Echt? Aha, es geht schon los. Ich bin schon wieder tot. Geh, aber ich guck dir jetzt zu. Demp-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem. Ey, du hast vor den Buckel, Alter, Alter. Warum hast du mich gekillt? Oh Gott, schnell, Doppelkill! Foll ich noch nicht, okay. Ich bin der Fack-Zack-Zocker, aber Scene in the City ist voll. Is still voll? Ja, ja. Ich bin GEA-Leader. Geld auf Karte? Du bist also der Leader von German Elite Army. Ey, er ist so ein behinderter Junge, ne? Warte, spielst du auf dem PC oder auf der Xbox? Mimax-Mimax-Tro, ja. Ja, ja, ist keine Antwort. Spiel besser. Auf PC wirst du mich verarschen. Ich weiß, wer German Elite Army Leader ist. Er ist ein Hitler-Fan. Ja, der wächst. Ich muss grad sagen. Ja, Alter, das ist aber ganz schlechter Fake hier. Ich nie. Solange du nicht Encore heißt, bist du nicht der Leader. Äh, Encore, nicht Encore. Ja, er versucht ja nicht so schnell zu sterben. Das ist live, verstehe ich? Live-Scream. Doch, bin ich. Ja, du bist Encore. Ja. Alter. Ich kann auch jetzt los. Geht so los, sag das doch. Lad ihn uns Skype ein. Mimax-Tro. So. Kanal von Mimax-Tro. Scheiße. Diese Runde haben wir verloren. Wir kriegen grad Mies auf die Fresse, ne? Ich wollte nur kurz gucken, ob ich noch einen Kommentar bekomme. Ob dann... Moment, das dürfen wir... Ja, wir bleiben hier noch ein Zehgerad voll. Wer erst nochmal ist auf die Idee gekommen, den Kack überhaupt zu spielen? Ich bin der Türke in der Dünn, der Bodensein Hitler-Fan. Was? Was geht ab, Alter? Habe ich schon erzählt, dass mein Freund ein Behinderter ist? Ich habe ihm geschrieben, er soll arbeiten gehen, weil er kein Geld hat. Er hat geschrieben, er hat nur Geld auf der Karte. Hinter dem irgendwo in Argentinien, der ist schon lange tot. Der kann gar nicht mehr leben, wenn man auf sein Geburtsjahr guckt. Ich habe ihn letztens bei Madame Tussauds gesehen, da sah er ganz lebendig aus. Mhm. Was ist das jetzt hier überhaupt? Was machen wir jetzt gerade? Er ist immer noch... Such und zerstören. Achso. Oh, das ist immer eine Runde... Eine Runde... Boah, leck mich doch fett, Alter. Ich habe auch 0,4. Ja, bestes Spiel, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben im Grunde die Tube noch. Ey, aber ich habe noch 50 Punkte für irgendwas bekommen. Ich weiß aber nicht was. Wie alt der Skunkie ist jetzt 21? Jo, auf jeden Fall. Jetzt so. Wie bei Skypie. Skypie ist 21, das hört man doch, also bitte. Echt, beweist mir das Gegenteil. Echt im Lauf? Ja, dann zucken wir euch einen im Lauf, so ein paar... Krastin, du wirst niemals erfahren, wie ich in Skypieße. Ja, er hat Selbstmord begangen und dann hat sein Schäfer und mit dem Tod gerissen, Alter. Obwohl mein Name eigentlich extrem simpel ist. Deswegen bist du Türke, weil dein Selbstmord... Äh, warte, was für den... Adolfine. Wie hast du unseren German... Hast du unseren German Elite Army schon... Ja, gut, er ist im Team. Aber Leader ist immer noch... Es ist los, weg, du stehst da auch rum. Und er muss hier gar nicht rum. In der Steam-Gruppe ist zumindest noch einer von den Javelin Brothers und... ... die M-Core-Leader, naja. Oh Gott, wow. Ein German Elite Army-Mitglied guckt mir zu. Wie kommt denn das? Fuck, die Bombe liegt da in diesem... Da habe ich auch, weil du Konsolenspiele spielst. Ich dachte eher, weil gute Leute meistens guten Leute... Mann, wie, ich stelle euch die Hunter-Killer-Drohne, Alter. Normalerweise gucken noch gute Leute, guten Leuten zu, oder? Ich dachte, mich gucken nur Leute zu, die ungefähr auf meinem Niveau sind. Dann sagt man, M-Core, es soll eine Ankündigung raushauen, dass hier... Es kann nicht gerade leistet werden. Es ist durch Affe, was ist durch... Hä? Hab durch Affe den... Seine... Hab... Sa... Hab... Ja, hab Sa... Hab Sa... Richtig. Hab Affe sein RDR gefeuert. 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 So, ich freue mich. Red Dead Redemption. Moment, hast du eigentlich Red Dead Redemption oder Red Dead Redemption, Dead Nightmare? Dead Red... Oder beides? Äh, Dead Nightmare. Äh, aber Red Dead Redemption war echt geil. Ja. Und wirklich, Dead Man's Gun ist eines der geilsten Lieder überhaupt. Das ist der Soundtrack, also irgendein Soundtrack von dem Spiel. Hyperintelligenten COD-Spielern, meinen die jetzt nicht? Irgendwie diese Niveau-Folgen-Ponversationen zwischen hyperintelligenten COD-Spielern. Too much irony! Yoshi. M-Core ist bei Game Insight? Ja. Alle, ich dachte, er war bei Game Star. Alle kunden Komponenten sind bei Game Insight. Ich dachte, er war bei Game Star. Wo bleibt Ratzteil? Mein Gott, der ist fett absaugen. Ist der echt? RDR und UN sind beide geil. Ja, das sind echt beide geil. Ich hab beide noch nicht gespielt, aber sind beide geil. Okay. Also, wenn das hier vorbei ist, also jetzt hier suchen uns das... Ich hab ja auch das jetzt Play von Affecom angeschaut. Ich fand das klasse, das Spiel. Ich fand... Ja. Warum soll man PS3 spielen? Eben. Der einzige Grund, warum ich jemals wieder PS3 spielen würde, bis wir draußen sind, ist Guitar Hero 5. Warum hast du Guitar Hero 5? Guitar Hero 5 ist das schlechteste Guitar Hero von allen. Oder ich weiß gar nicht, wie ich es... Ich find meinen GTA Hero gar nicht... Äh, GTA Hero, ja. Weil Guitar Hero 5 ist das nicht. Ich hab ja nicht mehr... Du holst die Guitar Hero 3. Ich hol mir einfach eine Gitarre. Oder holst die Rock Band. E-Gitarre. Ey, weil wir Guitar Hero spielen? Nee, hab ja nur ich. Oder ich hol mir einfach die E-Gitarre und jetzt das Spiel nochmal Rock Smith. Das ist ein geiles Spiel. Oder Bass kannst du damit auch spielen. Ich hab ja die Scheiß auf Guitar Hero Rock Smith. Du lernst übrigens, ne, beinah was. Dann kannst du dir auch Rock Band 3 holen. So, ich mach ja... Einen im Lauf wollten wir. Obwohl, ich sollte ja kurz warten, damit das... Ja, Rock Band 3 ist auch mit echter Gitarre. Echt? 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 Entweder du holst dir bei Rock Band 3, was? Ich war auch mal so schlecht wie du Skanky. Aber dann hab ich ein Final Slee bekommen. Eheh. Das heißt, du bist jetzt noch schlechter oder konntest du nicht mehr rausgehend vor die Tür und hast dann nur noch gezockt. Heh? Ich glaub so heißt, dass es einfach besser war. Ich hab grad ein bisschen gespuckt. Hä? Wie? Er war einfach besser? Ja, ich war auch mal so schlecht wie du, aber dann... Ja, ich hab auch mal so verständlich. Aber dann hab ich ein Final Slee bekommen. Das war ja besser oder so. oder dadurch ist dann verkehrt du hast meinen meinen Dings nicht bekommen das hat mich motiviert du hast gesagt jetzt bin ich eh ein Krüppel also sitze ich nur noch vor der Xbox und zocke oder vom PC oder PS3 oder Wii U Wii U Wii U? LOL Einer aus meiner Klasse hat mir gestern echt erzählt, dass ja doch gestern war es dass COD MW3 auf der Wii gut sein soll nein dass die Wii gut sein soll irgendwie Jolte 2 hey, hoff ich schalte dich beim Livestreamen Männern 3 erwarten wir so ein weiblicher Name wer? das Neon Master? Gründchen, äh, Järchen welcher Spieler wartest du nächstes Jahr? Männern 3 Gears of War Judgment und... oder Warfare 4 hey warte 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 ich muss euch mal den behinderten Kommentar der Welt vorlösen Wii U hat ne bessere Grafik-Engine als die PS3 und die Xbox ne Grafik-Engine? ja, ne Grafik-Engine cool auf dem Moment starten wie, äh, wie Sony und Microsoft nach, was weiß ich, drei, vier Jahren sind ja ok, GTA auf jeden Fall Quasis 3... weiß ich noch nicht Quasis 3... Gears of War Judge Gears of War Judge oder? ich hab's doch, ich muss gucken ob ich's drauf hab Sicke Alter ey, du hast es jetzt nicht mit, Alter ja, es liegt jetzt unten bei mir, ha, da liegt es ja Wii U ist schon geil, aber die Grafik ist nicht besser, die Grafik ist... also das einzige Spiel... wenn du gut bist, gleich auf 20 Minuten im Lauf jetzt, das geht's schnell ja, mach mal schnell wäre es von Wii U gewesen... Döden hat zwei ...das hat ein Display von Gamecube an, das viel besser ist, also... was ist mein Gamecube, ey, ey... ey, AB... nicht Gamecube, Gamecube so, ABC-Gamer hat den geilsten Kommentar gemacht, Alter, ich liebe es ich bin anders, ja, wie anders ganz anders? nein, ganz anders, Thomas anders ach so, ha 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 kennst du das nicht, kennst du den Film nicht, Dieter, der Film? doch, kenn ich, aber hab ich schon... voll geil, Alter ne, hab ich glaub ich mir nie angeschaut ich bin der Thomas, ja wie, Thomas Meier, oder was? ne, anders, ja, wie anders, ganz anders, Thomas anders äh, München, du bist doch drin toll, dann join ich und dann hören die... auf ach so ja wie, dann hören die auf? ne, das kleine Delay macht's aus ach so ja, das Barton, das Let's Play, ich glaub, das kommt heute nicht mehr ne, da haben wir doch grad drüber geredet mit dem LP von Gears of War 3 ein Lauf, THX Fabian macht nicht hin, das ist seine Schuld was? doch, wir könnten das jetzt bald, äh, weiter machen ja, wie wär's mit heute? Google Hammer ja, ich muss gleich gucken, da muss ich gleich rauskramen wie viel Spiele hast du denn, dass du's rauskramen musst? ich hab um die 40, äh, Xbox Spiele hab ich hier liegen ich hab ja alle gestapels ich hab auch 40 Xbox Spiele, ich hab die alle schön, äh, hier gesortiert fuck fuck, die Kugel hast was? nutter, nutter hat's, äh, toller Name, wirklich ah oh fuck bitte lass mich ableben uh, fuck du Hurensohn nein oh fuck, ich muss messern du Hurensohn nein, messer hab ich doch nicht von hinten jetzt kämp' ich Wer ist das, Tründchen ist das, glaub ich du Sohn meiner Mutter jetzt kommt er von nein jawoll jawoll keine Hobbys, habt ihr alle nicht du hast kein Hobby du nuttert sie du nuttert sie du nuttert sie nein, er messert mich er messert echt nur, ich will gar nicht wissen wie viel war oh, ich bin draußen wie draußen ja, wenn du dreimal abnippelst, nippelst du ab letztes Leben hab ich deshalb spiel ich nie dieses dreckige Spiel diesen dreckigen Spielmodus spielt ihr heute noch PS3? nein was? wie soll das gehen? ich hab ne PS3 gespielt wie soll das denn gehen? ich hab PS3 ich hab ne PS3 Wex hat ne verstaubte PS3 die irgendwo in seinem Abstellkammer der Verdammnis liegt die ist genau hinter mir und dient als Und Fabian hat oh, was war das für ein Ziel? Fabian Fabian das hätten wir auch verkackt das kenn' ich aber besser, du Ach, wir kommen als Hobby los also kauf ihm eine Katze was bringt denn die Katze? ey, ich hab gehört ich hab gehört wenn Fabian 10.000 Abonnenten erreicht schenkt er jedem seine Abonnenten einen Würfelzocker einen Würfelzocker einen Würfelzocker, ja ja, genau und Versand bezahl ich auch der könnte sich bei dir abholen jaaa was war das denn für ein Schoß? ein bisschen daneben, ja sah ganz komisch aus ASDF achso ASDF ok ey warum bin ich hobbylos? guck dir das doch mal an was machst du denn bitte du machst LPs, alter guck dir das doch mal an hobbyloser geht's ja gar nicht mehr ich bin der bla bla ich bin der Baba ich mein, du meinst du als äh habt ihr ein Nippel-Piercing nein, der Wechsel hat ein Piercing noch weiter unten er hat ein Vaginal-Piercing er hat ein Vaginal-Piercing das mal richtig hebt ja, mach mal bitte ihr Waffen Waffenspiel ja, mach mal irgendwas Gutes was, ich hoffe ich störe noch mal nicht noch mal oder nicht ich störe noch mal beim Streamen schenk mal an, was? beim Streamen schenk mal an, hä? grüß ne, mach mal was ne, ich bin zwölf ne, ich bin zwölf ich versteh die Frage nicht ich bin zwölf ich bin zwölf oder macht MW3 überhaupt nicht was hast du mit deinem scheiß MW3, Alter ganz ehrlich kommt, kommt die mit Hitlergruß ich weiß nicht was für ein Hitlergrüß grüß grüß boah, der Ami, der labert schon wieder scheiß den Nude, aber stutt er sagt nur er sagt nur der labert schon wieder scheiße hier ja, jetzt bestanden abstellen kann man plus PS3 Deutsch PS3 plus abstellen kann man gleich PS so, mit Zombies gleich machen? was, ne, Zombies hab ich gar keinen Bock drauf Hitlergrüß hast du nur Vorschau gebracht? ne, das hat wer anders gebracht ne, das schreiben die immer da rein besser als mein Geburtstag oder Endotricks Livestream aufs Raster hä, was? ohne ein Waffenspiel ok, ich werde euch alle abziehen ey, auch geil es beschwert sich gerade einer dass ich mein Ankündigungsvideo von dem Livestream zu kurz gemacht habe ja, das ist spontan entstanden komm, ey, du willst soll ich jetzt in 5 Minuten ein Video machen wie ich einen Livestream ankündige? nein, normal nein, der will glaub ich mehr Zeit zwischen dem Video und dem Livestream wow ja, da kann man sich auch noch recht ausdrücken weil in den ersten 10 Minuten noch so viel passiert in meinem Livestream ist ja nicht so, weil ich irgendwas vorbereiten oder so was? dieses Katzenspiegel spielt hier Techno irgendwas Katze Techno Kitten Adventure siehst du, erkennt's auch aber nur weil sich der Name einfach nur schlecht aus seinen Erinnerungen entfernen lässt ey, der ist geil, ja Techno Kitten Adventure Trönchen, warum? Boss schreibt nicht immer so ne Scheiße wer ist Boss? Big Boss Big Boss Big Boss Big Boss Genau den meinen wir genau den meinen wir Nutte, es ist der Big Boss ich hasse diese Myth ich hasse die KSG, Alter so eine Dreck Shotgun Der Skunky macht jetzt ein Brick Force Let's Play, da habt ihr recht Brick Foor Alter, halt bloß nicht fest mit deinem Brick Force ey Bestes Spiel MAN! Triff doch die blöde Fotze Man ist einfach so schlechte Gegner man merkt, dass das nur Minecraft Spieler spielen Ich bin immer noch bei der zweiten Waffe ich komm ja voll nicht weg gerade Ich komm nicht von der scheiß KSG runter Scheiß Shotgun die nur einen Schuss abfeuer warte für ein Kack Ja, endlich Das hier ist der Shotgun, Alter Ich hab meine Gäste selbst freigeschaltet Ey, du störst kein bisschen den Livestream Ne, warum solltest du, aber hat er jetzt die Nachricht nochmal geschrieben Welche? Versteht Er hat auch von irgendwas geschrieben von wegen Ich hoffe, ich störe euch den Livestream irgendwas mit schenken und so Ne, das ist doch nicht Ja, es gibt mir Battlefield Premium Ach so Ja, man, schenkt dem, schenkt dem Ach, komm mal Battlefield Premium Okay Wir können jetzt sagen wir mal streamen Wir können jetzt sagen wir mal streamen Auch nur muss nicht über MMOGA sein wenn ihr auch Geld, mehr Geld ausgeben wollt und das auch über Ja, eben Dann habt ihr in 10 Minuten und dann kann ich es auch gleich vor durchzocken Richtig Dann machen wir eine richtig Dann machen wir nur hier einen Community Abend Da kann jeder mitmachen, seit LV3 3 haben PC Ja eben Genau, dank diesen 64-Spieler-Servern Da könnt ihr alles klären Jeder joinen Oh, aiming for win Da fahren aiming Ja, ist klar gezockt zu wenig Ja Wir alle zocken zu wenig Battlefield 3 Ich habe es früher genug gespielt, aber ihr nicht Ach, ey, Kernops Ey, lad mal Kernops ein Ja Kernops Der macht den nicht mit, oder? Doch, der hat mich grad zu Backlog 2 eingeladen Hat der das Spiel auch? Hat der Battlefield 3 auch? Hat der Battlefield 3 auch? Ruf ihn mal an die Garde drauf Ganz sicher nicht Oh Gott, Alter Ja Ja, dann lade ich ihn nicht ein Eben am Ende kann er gar nicht mitspielen und dann Echt? Überflüssiger Mensch Überflüssiger Mensch Überflüssiger Mensch Dann gibt's wieder Ehrenmord Kellen Kalk Ehrenmord WOOOOO Ich mulchel euch alle ab, ich worre es euch Da ist er ja Kellen Kalk Ehrenmord Ich wollte eigentlich nur ein Video vorkommen Ich guck den Livestream auch grad Das ist kein Livestream, wir machen grad so Nein, ich hab mich selbst umgebracht Nein Ohne Scheiß Du hast kein Livestream, du kannst nicht reden Ich hab mich selbst umgebracht Halt die Fresse, ich guck den Livestream doch grad Das ist ne alte Aufnahme, das ist nicht kein Livestream Nee Du Hund Wer? Für den Livestream? Du Hund Ob wir es am Samstagabend Livestream machen würden Homo, ich seh noch grad Also wir jeden Samstag des Livestreams machen Ich hab ne alte Gaukel das nur vor Komm schon Ich hab schon so WOOOOO 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 Hey wie geil Tschuldigung Guckt ihr euch an SIESTU 360 ÄH Knife Schuss Guck halt nicht das So zielter Aufstecken was so denn das Uhh 360 das fing jetzt von mir Ich bin so ein toller Hecht Ich bin so ein toller Hecht Ich bin so ein toller Hecht Vielen Dank.